So, weiter geht's mit dem Wammseemichel. Man sieht schon, frisch rasiert, glatzefrisch poliert. Ich bin in Hochform. Eigentlich wollte ich gerade ein kleines Vorbereitungsrennen machen für Oberhof und wollte da mal so kleine Vorhersagen machen. Mache ich jetzt auch noch. Allerdings hat es mit der Mixed-Staffel nicht so richtig gut funktioniert, weil immer nur 21 Nationen an den Start gehen und ich nicht rausgefunden habe, wie ich die Nationen einstellen kann, die an den Start gehen. Deswegen starten wir jetzt erst nochmal mit dem Wammseemichel durch. Ansonsten mache ich mal ein kleines Prognose-Video, wie es denn vielleicht bei den Damen so laufen könnte. Wir schauen uns mal an, was NGL Biathlon für die Weltmeisterschaft in Oberhof immer so prognostiziert. Brognostiziert? Nein, auch Sisk-gnostiziert. Machen wir natürlich auch. Wollen da ja völlig korrekt bleiben. So, wir sind hier am Start an der Seite von Justus Strelo in der Männerstaffel. Mal schauen, an welcher Position wir dann laufen. Habt natürlich wieder fleißig geübt. Gut, ihr kennt mich. Ich lasse da nichts aus. Ich bin immer brutal am Start, wenn es darum geht, richtig gutes Gameplay abzuliefern. So, Sebastian Vettel-Christiansen ist vorne vor Viktor Brandt und Oskar Lombardo. Aber Justus Strelo macht das erstmal läuferisch ganz gut. Pyeongchang jetzt nicht unbedingt unsere Lieblingsstrecke. Aber hey, welche Strecke liegt uns schon? So, mal schauen, ob Justus uns hier BWL-mäßig mit einer 1,0 durchschießt. So, zieh durch, Junge. So, bislang keine Fehler geschossen worden von den Top-Athleten. Justus Strelo fängt natürlich gleich mal an. So, Norwegen, Frankreich, Schweden gehen ohne Fehler weg. Italien zieht mit. Auch die Ukraine ist mit dabei. Und Justus Strelo zieht dann nach. Aber er verliert auf jeden Fall schon mal so, ja, circa 10 Sekunden wird es wahrscheinlich sein. Die er da jetzt erstmal Rückstand hat. Das sind dann 9 Sekunden. Also Justus Strelo bringt uns hier nicht so 100% gut in Position. Aber ist noch nichts verloren. Der Wamsen-Michel kommt ja noch. Was soll schon schief gehen? So, ich trinke mal ein bisschen Kaffee. Und wenn ihr euch fragt, warum trinkt der gute Mann Kaffee aus dem Glas? Ganz einfach, der Geschirrspüler ist voll. Das ist die einfache und gleichzeitig auch traurige Erklärung. Es war einfach keine... Ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank gehabt. Nicht mal eine Tasse hatte ich noch im Schrank. So schlimm ist es bei mir schon. So, Christiansen mit einem Fehler. Lombardo für Frankreich. Könnte sich dort jetzt an die Spitze setzen. Und da kommen ja noch ein paar ganz gute. So, Justus zieht durch. Sieht gut aus. Stalda mit einem Fehler. Justus Strelo mit einem Fehler. Allerdings nur einem diesmal. Nee, vorher war es auch nur einer. Ach, Junge. Das wirft uns noch weiter zurück. Lombardo mit 1,7 Sekunden vor Christiansen. Aber das ist erstmal ein richtiger Schlag ins Kontor. Wie die jungen Dinger heutzutage so sagen, ne? Ey, Digga, war voll der Schlag ins Kontor, ey. Weißt du? Hat der mir richtig eine fette Schelle gegeben. Ich glaube Schlag ins Kontor. Wird bald Jugendsatz des Jahres. Bin ich mir ziemlich sicher. So, elfter Platz für Justus Strelo. Wir sind quasi doppelt erster. Früher als Kind, als ich begonnen habe zu lesen. Also vor knapp 800 Jahren generell, als die Schrift erfunden wurde. Äh, da gab es bei Monopoly immer diese Karte. Sie haben den zweiten Platz in der Schönheitskonkurrenz gewonnen. Und, äh, ja. Da ich aber damals diese römischen Ziffern nicht kannte. Und immer alle Karten vorlesen wollte als Kind. Habe ich dann eben vorgelesen. Sie haben den elften Platz in der Schönheitskonkurrenz gewonnen. Allerdings, wenn ich mich heute selbst so anschaue. Dann, ähm, würde ich sagen. Elfter Platz ist schon hoch. Schon hoch gegriffen. Muss man ja einfach sagen. So, wer kommt jetzt? Ich glaube, wir laufen als vorletztes. Oder nein, wir laufen jetzt schon los. Holy shit. Der Wamsi-Michael geht los. Justus auf dem neunten Platz. Läuferisch hat uns Justus dann noch zwei Plätze nach vorne gebracht. Nach dem Schießen. So, wir können ja immer ein bisschen Schmackes mit reinnehmen in die Abfahrt. Und wie gesagt, dann schauen wir mal, was diese Oberhof-Prognosen so mit sich bringen. Ob wir die dann auch wirklich hinbekommen. Ob die sinnvoll sind. Wie viel Arbeit das ist. Aber eigentlich bin ich ganz froh, wenn ich nicht selber spielen muss. Einfach durchkommentieren. Das ist genau mein Ding. Ohne selbst was machen zu müssen. So, minus 16 Grad. Die Skier laufen richtig gut. Und schon werden es minus 17 Grad. So, die haben wir gelernt. Hier in das Flachere rüber. So, 35,6 Sekunden der Abstand. Also auch läuferisch erstmal gut. Gegen Johannes Darle laufen wir. Natürlich jetzt hier auch nicht gegen die absolute Spitzenkonkurrenz am Start. Aber wir können auf jeden Fall rennen, da wo gestreut ist. Also wir sind läuferisch echt gut hier dabei. Da waren sie, Michel. Zieht durch. Ich mag Staffelrennen total gerne. Das macht richtig, richtig Laune. So, Darle mit einem Fehler. Klot mit zwei Fehlern. Aber wir haben schon echt einen großen Abstand. Also da haben wir eine große Bürde mitbekommen. Aber Benediktol kommt ja noch. Also die größte Bürde kommt eigentlich erst noch. Grüße gehen raus, wenn du gerne mal im Stream mit dabei sein willst. So, let's go. Woll, saubere Serie. Gut geschossen. Wir bringen uns ein bisschen nach vorne. Mal schauen, wir gehen hier mal am Kollegen vorbei. Ja, fünfter Platz. Sehr, sehr stark. Da haben wir uns richtig schön nach vorne gebracht. Vielleicht geht ja nochmal was. Da kommt der Kollege jetzt und sprintet hier durch. Also der Wahnsinn, Michel liefert im Team. Im Team bin ich richtig gut. Wobei müsste man Anna einfach mal in den Stream holen. Die kann das wahrscheinlich noch besser bewerten. Aber es ist Faschingszeit. Da kann man sowas mal raushauen. So, Schweinos mit zwei Fehlern. Stoica mit zwei Fehlern. Aber keine Strafrunde jeweils. So, wir rutschen hier mal ein bisschen ran. Der Kollege Daniele Capellari. Vielleicht können wir uns mit dem noch ein bisschen kappeln unterwegs. Schauen wir mal, was der so drauf hat. Der Kollege. Ja, anscheinend nicht so richtig viel. Wenn man ganz ehrlich ist. Jetzt auch nicht der Top-Athlet. Tschüssi. Der Wahnsinn, Michel. Läuferisch inzwischen auch eine absolute Granate. Also nicht wirklich, aber macht ja nix. So, wir laufen uns nach vorne. Wen haben wir da vorne jetzt noch? Oskar Brandt. Jo, da kann man ruhig mal den Wheelie einlegen. Also, der Wahnsinn, Michel hat Bock. Sprinten mal wieder durch. Wir müssen auch nur einmal hier wirklich alles geben. Nicht wie bei der Simi-Mix-Staffel. So, jetzt reicht es aber auch mit dem Puls. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Und ich glaube, wir kriegen ein Problem. So, Dolle ist schon durch vorne. Der hat fehlerfrei geschossen. Aber der ist eh nicht unsere Konkurrenz. Cloth mit einem Fehler. Brandt sehen wir da vorne jetzt stehen. Mal schauen, was der so macht. Ja, da schießen wir die Null. Brandt. Ai, 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 ai. Wir gehen vor auf den dritten Platz. Richtig starkes Rennen hier vom Wamsi. Da haben wir auch den Rückstand auf Dolle nochmal verringert. Also, das läuft doch saugut. Sogar eine Strafrunde für die Schweden. Da kann sich keiner beschweren. Dass wir das Rennen hier verkackt hätten. Da waren wir saustark mit dabei. Wenn das ein Sprintrennen wäre, wären wir, glaube ich, auch richtig weit vorne. So, Kretschmar, 40,6 Sekunden dahinter. Da manifestieren wir erstmal hier den dritten Platz für die deutsche Staffel. Wir sind einfach ein Teamplayer. Im Team sind wir, wie gesagt, am stärksten. Im Team haben wir schon drüber gesprochen. So, ich nehme auch auf. Sehr gut. Läuft. So, alter Schwede. Werden da hinten viele Fehler geschossen. Ich hoffe mal, dass unsere Mitstreiter sich davon nicht anstecken lassen. So, let's go. 30,7 Abstand. Da haben wir ein bisschen was verloren nach vorne, glaube ich. Macht aber jetzt auch nicht allzu viel aus. So, let's go. Und dann simulieren wir, glaube ich, das Freitagsrennen nachher mal. Schauen, dass ich das so gegen 20 Uhr bringe. Oder Football Manager. Je nachdem, wie viel Zeit ich jetzt noch habe. Und wie lange es dauert, da diese Datenbank zu bearbeiten. Ich würde einfach immer die Top-Athletinnen des Weltcups nehmen und die Datenbank aktualisieren. Oder mal schauen, man kann da ja, glaube ich, vorher die Athletenliste eingeben. Leider nicht wie beim Pro Cycling Manager, dass man die sich irgendwo runterladen kann. Das wäre natürlich auch nice. So, let's go. Mit allerletzter Kraft übergeben wir uns auf Platz Nummer 3. Haben leider noch mal läuferisch ein bisschen was verloren. Da vorne steht unser Kollege. 34,9 Sekunden. Trotzdem ein mega starkes Rennen. Der Warmseemichel fällt. In dem Moment wurde ich weggesniped. Richtig schön. Einfach umgefallen. Also umwerfend das Ganze. Jetzt schauen wir mal. Johannes Kühn gegen Fionn Maillet und Johannes Tinius Böhl. Könnte schon kompliziert werden, aber wir haben richtig schönen Abstand nach hinten rausgelaufen. Tinius Böhl ist schon am Schießstand. Der haut die Null raus. Das konnte Fionn Maillet. Ich denke mal eher, dass Ponzilo immer hinten noch ein Problem werden könnte. Schauen wir Johannes Kühn mal über die Schulter. Die Franzosen gehen gerade weg. Fionn Maillet mit einem Fehler. Da sind die Norweger langsam uneinholbar weg. Johannes Kühn zieht gut durch. Guter Rhythmus. Jetzt die beiden Zahnlücken noch wegschießen. Ne, gibt es nicht. Die eine Zahnlücke in der Mitte bleibt. Entschuldigung, das mache ich nie wieder. Das sah ja furchtbar aus. Anna sagt auch immer, ich soll auf Fotos nicht lächeln. Weil ich sehe dann immer so aus wie eine kleine Ratte. Sie sagt immer so nette Dinge zu mir. So, Ponzilo immer mit einem Fehler. Der wird jetzt auch sich nicht deutlich nach vorne verbessern. Zu Johannes Kühn hin. Es sind immer noch zwölf Sekunden. Dahinter, also Ponzilo immer wahrscheinlich jetzt so der einzige Kandidat, der uns da noch gefährlich werden kann. Aber schon stark, dass wir dort die deutsche Mannschaft von, wo sind wir gestartet? Platz 9, glaube ich, haben wir übernommen. Auf Platz 3 nach vorne gebracht haben. Natürlich auch ein bisschen begünstigt dadurch, dass die Schweden einfach mal sogar eine Strafrunde gelaufen sind. So, komm schon. Kühner Johannes. Do it, Baby. Bums. 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 Komm. Ach, immer der vierte Schuss, ey. Wieder die Zahnlücke. So, Ponzilo immer ist da. Drückt die Backen da richtig fest zusammen. Sind schon ganz blau geworden. Allerdings der letzte sitzt nicht. Wahrscheinlich hat ihm ein Spruch dann doch abgelenkt. Das kann ich. So, Ponzilo immer geht auf die Jagd. 57,2 Sekunden bei Kühn. Eine Minute drei. Ponzilo immer, Burghalter. Also, das könnte noch eng werden um den dritten Platz. Die ersten beiden Plätze sind, denke ich mal, vergeben. Ich denke mal, Norwegen wird das vor Frankreich gewinnen. Da wird nichts mehr anbrennen. Da laufen wir jetzt auch wieder ins Stadion zurück. Keiner ruft hier, jetzt geht's los. Ich bin sehr enttäuscht vom südkoreanischen Publikum. Wie wäre es mit Oh, Pisse, Korea. Oh, Pisse, Korea. Das war damals 2002 so schön. Hat, glaube ich, Stefan Raab sich immer so drüber lustig gemacht. So, Lagreit ist da und ist auch schon wieder weg. Jacques Lein kommt. Uh, uh, uh. Jetzt kommen die Schweden aber ran mit Samuelson. Ai, 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 ai. Das wird ein richtig enges Höschen. Also, Jacques Lein ist auch weg. 27 Sekunden dahinter. Samuelson, wenn er alle Schrauben drin hat, dann sollte er wahrscheinlich stärker sein als Navrat. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gibt's hier das Schießen um Platz 3. Wir legen uns mal auf die vorgewärmte Matte. So, Samuelson. Boah, der schießt auch schneller als Navrat. Mal schauen, wer kommt fehlerfrei weg? Beide kommen fehlerfrei weg. Aber Samuelson war etwas früher fertig und bringt die Schweden jetzt auf den dritten Platz. Das wird jetzt echt interessant. Aber da sehen wir mal, Samuelson hat, glaube ich, auch Echia. Da gibt's Echia hier schon. Wahrscheinlich lache ich jetzt gerade, aber die gibt's wahrscheinlich wirklich. So, Samuelson setzt sich ab, aber jetzt auch nicht so extrem. Das werden wahrscheinlich so 3-4 Sekunden sein zum Schießstand. Navrat hält da eigentlich ganz gut mit. Letztes Schießen. Hardweg haben wir immerhin abgehängt. Der vierte Platz sollte safe sein. Samuelson gegen Navrat. Jacques Leur mit zwei Fehlern, aber die Franzosen trotzdem 42,2 Sekunden. Die sind relativ safe. Samuelson, wenn er mit der 0 durchkommt, dann war's das. Und er kommt mit der 0 durch. Navrat kann sich Zeit lassen und den vierten Platz absichern. Da wird jetzt nichts mehr bei rumkommen. Also, vierter Platz für Deutschland. Können wir ganz kurz die Kamera... Ah ja, die Norweger sind schon da. Nice. Ist er einfach schon im Ziel, der Drecksack. Also, hä? Ach so, ja. Die Franzosen laufen natürlich geradeaus. Entschuldigung. Es irritiert mich immer, dass das hier so andersrum ist. Dass man hier in der Mitte quasi ins Ziel reinläuft. Auf Platz 3 müssten die Schweden kommen. Dahinter Navrat, der dann jetzt doch sieben Sekunden verloren hat. Also, dann dieses Mal eine etwas bessere Schlussrunde von Samuelson. Aber umso schöner, dass Philipp Navrat immerhin den vierten Platz für uns holt. Wir skippen mal zu den Results. So interessant ist das dann jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Aber der Wamsen-Michel hat alles dafür getan. Und vor allem hat er die Staffel dahin gebracht, wo sie hingehört. Also, echt Richtung, ja, Top 3, Top 4. Schauen wir mal auf die Statistiken. Schi-Time 20,7. Justus Strelo 20,8 bei der Shooting-Time. Hinten dran, aber klar, auch mit Fehlern. Schi-Time, alter Schwede, waren wir schnell. Also, die Konkurrenz natürlich auch nicht ganz so stark. Shooting-Time waren wir der Schnellste. Aber klar, da zählen halt auch die Fehler mit rein, die geschossen wurden. 15,7 ist aber echt gut. Da kann man nicht meckern. Also, sind wir zufrieden mit unserer Leistung. Schauen wir mal nochmal auf das Ergebnis. Im Europa-Cup Trevor Kears vorne. Juniors-Cup Grobsnicks. Bei den Damen gewinnt ebenfalls Norwegen vor Frankreich und Kanada auf der 3. Das ist, ja, kann man machen. Ella Halwosen auf der 1 im Ibu Cup. Vanessa Vogt dort auf der 4, die ja auch in der Mixed-Staffel jetzt am Start war. Ich glaube, sogar als Startläuferin Alba Bertoni und im Juniors-Cup gab es keine Rennen. Haben wir ja schon festgestellt. Also, Pockeljucka geht es jetzt nach dem schönen Staffelrennen. Also, Staffel mache ich eigentlich am liebsten. Machen jetzt nur noch Staffelrennen. Finde ich eigentlich mega nice. Jetzt bin ich wieder so dunkel geworden gerade. Also, Pockeljucka, Sprint und Massenstart machen wir jetzt noch in der Folge. Pockeljucka immer ein bisschen schwierig, den Puls dann auch zum Schießstand richtig hinbekommen, weil es vorher diese lange Abfahrt gibt. Aber, mei, kriegen wir schon hin. Also, da war ein bisschen gut drauf. Schauen wir nochmal ganz kurz auf den gesamten Weltcup-Stand. 18. Platz momentan. Es wurden die Top 15 ausgerufen von Felix in den Kommentaren. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ist sicherlich ein hehres Ziel. 19 Punkte sind es nur Abstand. Das sollte schon irgendwie drin sein. Und wenn wir die Leistung bringen von eben gerade, dann schaffen wir das auf jeden Fall. So, let's go. Willkommen in Pockeljucka im Sprint. Deswegen sprinten wir auch gleich mal los. Da vorne geht es allerdings dann in den Anstieg. Deswegen sollten wir hier nochmal ein bisschen locker lassen. So, Jacques-Claire, Lombardot. Die Franzosen beide mit der Null. Bislang, joa, ein paar sind mit der Doppel-Null durchgekommen. Aber da schauen wir erstmal nicht so drauf. Wenn es dann ans Eingemachte geht, dann sind wir dort am Start. Wir können hier, wie gesagt, alles geben. Erstmal 0,7 Sekunden schon Rückstand. Aber gut. Wir müssen hier immer mal so ein bisschen Luft immer hinholen. Und eigentlich ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, hier dann immer ein kleines bisschen Supersprint rüber zu ballern. Zumindest hier oben jetzt. Macht es wahrscheinlich echt Sinn. So, hier können wir erstmal ein bisschen Luft holen. Aber auch immer mal wieder einen kleinen Sprint reinlegen. Vor uns sieht es sehr slowenisch aus, was da vor uns läuft. Werden wir niemals erfahren. Könnte slowenisch sein, könnte es aber auch nicht sein. Ich kann die Trikots irgendwie auch alle nicht mehr so richtig unterscheiden. So, 10. Platz. 3,3 Sekunden Abstand. Samuelson hier am schnellsten gewesen. Fabio Cloth mit der Doppel-Null. Lombardot und Ander sind alle mit der Doppel-Null. Das ist für uns dann also im Sprint schon schwer zu schlagen. Und jetzt müssen wir den Puls vor allem dann auch nochmal so minimal zumindest nach oben bringen. Das müsste eigentlich passen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier eine schnelle Null hinlegen können. Boah, Scheiße. Ja, keine schnelle Null. Das war sehr langsam geschossen, leider. Da bin ich einmal aus dem Rhythmus gekommen. Das war auf jeden Fall ein 8 oder 9 Sekunden schießen. Das war nicht gut genug. Da verlieren wir viel. Das sind 5,2 Sekunden, die wir verlieren. Das ist nicht gut genug. Da haben wir höhere Ansprüche an uns selbst. Müssen wir jetzt gleich im stehenden Anschlag alles durchballern, was wir haben. So, zieh durch, Wamsi. So, hier verlieren wir natürlich gleich nochmal mehr. 15. Platz mit der Rückennummer 30. Ist das jetzt erstmal nicht so optimal. Wir wollen in die Top 21, aber es gibt sowieso danach den Massenstart. Also es gibt hier kein Verfolgungsrennen im Anschluss. Das ist in dem Fall vielleicht unser Vorteil. Aber jetzt nochmal eine gute Null. Und wir können uns vielleicht nochmal ein bisschen nach vorne arbeiten. Das war sehr langsam gerade. Natürlich nicht gut genug. Für Ibu Cup oder sowas hätte das wahrscheinlich gereicht. Alter Schwäge läuft frisch. Ist hier aber auch einiges geboten. So, dann können wir vielleicht mal ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Ja, schaffen wir aber irgendwie auch nicht so richtig. Skier sind auch so okay unterwegs. Aber mit der Null sind wir einfach viel zu langsam. Und es werden sehr viele Doppel-Nuller geschossen. So, der Kollege rutscht auf jeden Fall mal ins Ziel. Wir gehen nochmal ganz kurz ein bisschen höher. Beziehungsweise so viel höher machen wir auch gar nicht. So, einmal nochmal durchgesprintet. Und dann jetzt die schnelle Null. Komm schon. Konzentration. Boah, alter Wackel. Boah, der letzte war knapp. Aber das war jetzt auch Risiko. Droh, vier Schissen. Lass mich durch. Da werden wir noch einiges zurückgereicht. Aber es geht erstmal Richtung Top 10. Neunter Platz. 12,1 Sekunden. Aber das war eigentlich ganz gut geschossen. So, zieh durch. Danach müssen wir dann gleich ein bisschen Supersprint durchballern. Aber es macht nichts, wenn wir den immer hier so schön verteilen. Dann passt das schon. 14,1 Sekunden. Unser Abstand. Zehnter Platz. Sind wir ein bisschen zurückgefallen. Aber unser Ziel, die Top 15, sollten eigentlich passen. Sind wir auf einem ordentlichen Weg. So, einmal noch. Mach's noch einmal, Wamsi. Ich weiß nicht, wer das da vor uns ist. Aber ein Franzose. So langsam kann der gar nicht sein. So, Bockhalter mit einem Fehler. Das kann ganz gut für uns werden. Aber es sind Athleten vor uns, die auf jeden Fall einen Fehler geschossen haben. Da war mein erstes Schießen aber auch nicht gut genug. Das ist nicht nur die Laufleistung. Dann nehmen wir wieder zu wenig Schwung mit 18,8 Sekunden. Unterwege 18,9. Also nur durch gutes Rutschen können wir das jetzt irgendwie noch schaffen. Aber ich glaube eher, dass die Kollegen hier unten noch mehr Energie und besser Energie aufgehoben haben. Wobei jetzt der Weg ins Ziel auch nicht mehr allzu weit ist. Ein bisschen Supersprint hatten wir noch. Schauen wir mal. Unterweger schaffen wir knapp nicht. Elfter Platz für den Wamsi-Michel mit der Doppelmüll. Wenn das erste Schießen nicht gewesen wäre. Das war einfach zu langsam. Der liegende Anschlag. Justus Strelow, Lukas Fratscher auf den letzten Plätzen erstmal. Da kommen einige rein, die uns auch nicht schlagen können. Ich wechsle mal ganz kurz die Perspektive. Zwölfter Platz jetzt. Samuelson vorne. Vor Stollerheim-Lagreit. Lagreit. Fabio Kloth auf der 3 mit der Doppelmüll. Trotzdem 9 Sekunden dahinter. 14. Platz. Aber es wird hoffentlich die Top 15 werden. Einer fehlt noch. Also die Top 15 schafft der Wamsi-Michel. Er wird sogar 14. Also schönes Ding. Nicht überragend. Also jetzt nichts, wo man seinen Enkelkindern noch von erzählen wird. Also höchstwahrscheinlich. Ich komme darauf an, wie interessant man dann im Alter halt auch ist. Also wenn euer Leben richtig kacke ist, dann kann es natürlich schon sein, dass ihr euren Enkelkindern davon erzählt. Aber ich glaube, dass euer Leben deutlich schöner ist. So, Shooting 1 super schlecht. Shooting 2 war mit 7,4 besser. Aber auch natürlich nicht überragend. Jutti. Also, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich habe schon Besseres gesehen. Winkter Brandt holt sich im Ibo Cup den Sieg. Roman Rees auf der 22. Könnte sein, dass das Verfolgungsrennen dann ohne Roman Rees stattfindet, wenn es in Sochi eine Verfolgung gibt. Das wissen wir nicht. Ist uns auch wurscht. Lovro Blanco im Europacup vorne und Querliniger für die Schwitz. Siegreich im Juniors Cup. Franzi Preuß auf der 2 hinter Elvira Oeberg. Was macht denn meine Lieblingsathletin? Die klare Bayerin ist auf der 38. Das wird es nichts werden. So, Tilda Johansson. Vanessa Vogt auf der 6 Europa Cup. Ha-Yoon Kim vorne. Die Deutschen spielen auch da keine Rolle. Und Heidi Mendel. Leider drei Fehler im zweiten Schießen. Ansonsten wäre es besser gelaufen. Super. Für weitere wichtige Weisheiten. Wie gesagt, einfach den Channel abonnieren. Das läuft schon. Also Massenstart in Pokeljuka. Da dürfen wir natürlich wieder mitmachen. Wir schauen mal auf den Gesamtweltcup. 234 Punkte. Ja, ein bisschen was haben wir, glaube ich. Ne, es waren 19 Punkte. Es sind 19 Punkte. Wir haben uns aber an den einen oder anderen Athleten ein bisschen herangesaugt. Mit dem Abstieg, wie gesagt, haben wir nichts zu tun. Die Top 15 sind das Ziel. Eigentlich ja sogar bester Deutscher werden wäre das Ziel. Aber da ist Philipp Navrat, glaube ich, ein bisschen zu gut. Wir schauen mal ganz kurz auf seine Werte. Holy shit, ist Philipp Navrat gut. Der hat ja einen 88er Durchschnittswert. Also den werden wir nicht knacken können. Also dann musste man sich nicht wundern, dass er mit Samuelson in der Staffel eigentlich so gut mithalten konnte. Jutti, also Pokeljuka, Massenstart, Top 15 sind das Ziel. Das hoffen wir einfach mal, dass die Kollegen jetzt ein bisschen schlechter schießen. als das eben der Fall war. Aber wenn wir so laufen, Pokeljuka ist immer läuferisch ein bisschen schwierig mit diesem dauernden Anstieg da hoch. Da kann es schon sein, dass wir da ein bisschen mehr Zeit verlieren. Düt, 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 wir haben uns alle lieb. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Gildo hat euch lieb. Und wenn es auch mal Sorgen gibt, dann kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb immer wieder. Wer kennt es noch? Gildo Horn, einfach ein Held. Ein absoluter Held. Der hatte auch so eine ganz, ganz tolle Talkshow. Irgendwo im dritten Programm, wo er immer, ja, Minderheiten quasi ins Fernsehen geholt hat, sich mit denen unterhalten hat. Die konnten erklären, was sie da so tun und so weiter. Also, aber so richtig einfühlsam. Richtig, richtig guter Typ einfach, Gildo Horn. Man tut immer so, als hätte er immer nur schwachsinnige Lieder gesungen. Nein, sehr empathisch, sehr sympathisch. Ich hoffe, dir geht's gut, Gildo Horn. Hat sich auch nie breitschlagen lassen, irgendwie in die DSDS-Jury oder sowas zu gehen. Ich glaube, so menschlich ist er halt. Dieses Mal ja, glaube ich, die Krasavitsche, die Boss-Bitch, ist einfach in der Jury mit dabei oder nicht mehr dabei. Da gab es irgendeinen Skandal, den ich so über Twitter am Rande mitbekommen habe. So, ich spare mir hier ein bisschen Energie. Sollen wir ja machen, laut Robert Habeck. Aber die Gasspeicher sind ja voll. Jetzt können wir also dann doch mal sprinten. Vorne die ersten Kollegen schon durch. Lagreit vor Samuelsson, Christiansen, Tinjes Böe, also die Norweger haben Bock. Und hier rutschen wir halt sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir aber den Puls nochmal minimal nach oben bringen. Und dann legen wir uns hier auf Platz Nummer 18 hin. Also, Schalkes Platzierung haben wir auch. Naja, okay. Nehmen wir mit. Auch das war nicht überragend geschossen. Irgendwie steht mein Athlet auch immer sehr langsam auf. Wir reihen uns hier irgendwo, irgendwo ein. Oh, da gehen doch ein paar Leute noch in die Runde. Ah, 10. Platz, stabil. Sind wir erstmal über dem, was wir eigentlich von uns selbst erwarten. Aber wie gesagt, hier wird es halt extrem schwer werden auf den letzten beiden Runden. Entschuldigung. Ich war hier zuerst, mein Freund. So, die Kibionats hängt uns dort am Arsch. Oh, alter Schwede. Das kostet aber auch Energie hier hochzulaufen. Also, das wird unschön. Das wird richtig unschön werden auf den letzten Runden. Also, hier werde ich jetzt gar nicht sprinten. Ansonsten können wir nämlich unser Gewehr einpacken. Ja, geh halt innen durch. Wo du sonst nie lang läufst, du Arsch. Nein, ich lasse mich jetzt nicht dazu verführen, hier hinterher zu sprinten. Das macht nämlich keinen Sinn. So, 11. Platz ist doch erstmal auch völlig in Ordnung. Wenn wir uns umdrehen, die lauern alle schon. Wo kommt der rechts jetzt eigentlich gerade her? Ach komm, läuft der mir auch noch in die Hacken rein, Dahle? Die Hacken sind bei mir vorne. Ich habe eine sehr komische Anatomie. Deswegen auch Wamsi-Michel. Da ist alles einfach umgedreht. So sind es die Bayern. So, unten sind die ersten Favoriten schon am Start. Wir bringen den Puls nochmal nach oben. Und Fehler werden... Ja, Christiansen hat mal einen Fehler gemacht. Aber sonst... Ja doch, jetzt kommen die Fehler. Jawohl, sauber. Auch da kommen wir mit der Null durch. Einige Fehler geschossen. Tennis Böhm mit drei Fehlern. Hartwig mit zwei. Da könnten wir sogar erstmal dran vorbeigehen. Oder auch nicht. Kommt der Erste aus der Runde geflogen. So, 16 Sekunden Abstand. Siebter Platz für den Wamsi-Michel. Fiong-Mallier ist direkt hinter uns. Ja, den Läuferisch sollten wir den eigentlich im Sack haben. Bin mir ziemlich sicher. So, ich gehe hier auch mal etwas später in den Sprint rein. Wenn wir in diesen Anstieg reingehen. Eben gerade im Sprint bin ich da natürlich immer ein bisschen früher all in. So, mal schauen. Also, wir sind hier auf einem guten Weg Richtung Top Ten. Fiong-Mallier geht jetzt natürlich an uns vorbei. Aber endlich sind wir auch wieder oben angekommen. Das müssen wir läuferisch einfach so in Kauf nehmen. Dass die uns hier richtig was mitgeben. Da ist der nächste Franzose. Das ist Oscar Lombardo. Hopp, 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 hopp. Gibt mal hopp, 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 hopp. Hoffenheim, Sinsheim. Alles gut. SAP, SAP, SAP. Irgendwann rufen die SAP, 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 SAP. Irgendwie sowas. Da mache ich aber nur noch Streams auf Twitch, wenn die das rufen. Dann werde ich reich. So, 23 Sekunden. Der Abstand nach hinten ist nicht besonders groß. Wir verlieren auf der Runde immer so 5 bis 7 Sekunden auf die Konkurrenz. Das können wir hier unten auch nicht wieder rausrutschen. Auch wenn mir das ab und zu mal rausrutscht. Mörderwitz hat jetzt irgendwie jeder, hätte glaube ich jeder in der Situation gemacht. So, 176. Basst. So, Lakreid mit einem Fehler. Navrat mit einem Fehler. Und da waren sie mit einem Fehler. Schitte. Aber schnell geschossen. Das muss man lassen. Wie gesagt, ich gehe häufiger mal ein bisschen mehr Risiko. Aber das wirft uns natürlich ein bisschen zurück jetzt. Schauen wir mal. 13. Platz wird oben angegeben. Sprünge hier mal raus. Ja, immer noch Top 10. Immer noch ein gutes Ergebnis. Und die Kollegen sind ja noch vor uns. Aber da hinten ist es richtig eng. Ja, er hat das wirklich gerade gesagt. Aber ist ja auch so, ne? So, vor uns Bionuts. Ich würde mir den Supersprint echt gerne noch ein bisschen aufheben. Damit wir auf der letzten Runde damit ein bisschen was machen können. So, einmal noch. Hier müssen wir dann doch ein bisschen wahrscheinlich machen. Aber gut. Erstmal alles in Ordnung. Energielevel eigentlich auch noch in Ordnung. Diesmal läuft mir da keiner innen durch. Seppeler ist da hinter uns. Und dahinter, jo. Aber es sollte eigentlich eine echt gute Platzierung werden. Aktuell sind wir auf dem Elfenplatz. Samuelson ist schon am Schießstand. Okay. Da kommt noch ein Franzose vorbei. Wahrscheinlich wieder Lombardo. Und es auch wieder... Alter, wo läuft der denn hin? Der wollte uns doch nur wegrammen. Was anderes wollte der doch gerade gar nicht machen. Fahr mal rüber. So, Samuelson, Dagreit, Christiansen sind alle schon weg. Da haben wir auch kein Mitspracherecht da vorne. Da sind wir quasi... Der Betriebsrat ohne Befugnisse. So, Navrat wieder mit zwei Fehlern. Ach, das gibt's doch nicht. Nein, was hab ich denn da jetzt gemacht? Alter, was ne Katastrophe. Was ne fucking Katastrophe das denn war. Vor allem, ich hab einfach falsch geklickt. Eben gerade. Wo war der eine Schuss denn hin? Der war ja furchtbar hoch. Und unten hinten schießen die jetzt alle Fehler frei. Gib es doch nicht. Platz 19. 17. Der Platz. Alter Schwede, sind wir jetzt zurückgefallen. War das schlecht? War das schlecht? Totalausfall. Unglaublich. Unglaublich. Da wollte ich nochmal richtig schön Risiko gehen. Und das Gewehr ist ordentlich gewackelt. Und dann war es natürlich gar nichts. Also, das ist wieder ein Rückschlag für den Wamsi. Aber wie weit war der eine Schuss eigentlich daneben? Ich glaube, selbst 11 Meter von... Von wem war es bei der EM denn so schön drüber gesetzt hat? Und hier kommen wir jetzt auch nicht mehr richtig hin. Also, da können wir nur hoffen, dass der Byrne Otto hinter uns da jetzt nicht noch dran vorbeiläuft. Der Kanadier. Alter Schwede, wie bitter. Ja, danke schön. Lauf mir halt auch noch in die Parade rein. Das ist immer so unfair. Würde ich ja nie machen. Sehr ärgerlich. Also, gutes Rennen in der Staffel. Okayes Rennen im Sprint. Und jetzt im Massenstart das letzte Schießen. Komplett verkackt. Ich hoffe mal, dass der Schweizer Stalter da jetzt nicht auch noch hinkommt. Eieieiei. Sehr ärgerlich. Den errutschen wir uns jetzt auch nicht mehr. Ja. Das war nicht so gut. Da skippen wir direkt zu den Results. 90er Platz. Okay, rechnen wir mal ein bisschen was weg. Ja, zwei Fehler weniger. Sind 12 bis 14 Sekunden. Dann wären wir wahrscheinlich hier so im Bereich Platz 12 bis 14 rausgekommen. Auch nicht überragend. Aber immerhin nicht 19. Ich will mir die Statistiken gar nicht anschauen. 40 Sekunden verlieren wir in der Läupe. Shooting Time war eigentlich gut. Da waren wir bei 8,4. Das war jetzt nicht so toll. 7,2. 7,4. Und das letzte Schießen. Mann, Mann, Mann. Was erlaube. Wamsi. Unglaublich. Will ich alles nicht sehen. Total Score schauen wir uns an. 18. Platz. Da sind wir. Ja. Navrat mit 338 Punkten. Natürlich deutlich weg. Aber 256 ist gar nicht so verkehrt. Vor allem unser Ziel muss immer sein in den Top 21 zu sein. Dann dürfen wir im Massenstart auch weiterhin antreten. So, kein Weltcup heute. Es geht jetzt schon nach Ottepä. Sprint, Verfolgung, Massen, äh, Massenstart. Staffel gibt es dann in Ottepä. Da freue ich mich drauf. Geht es dann wahrscheinlich morgen weiter. Mal schauen, ob ich dann nicht auch ein bisschen Skispringen und Ski-Alpin auch wieder übers Wochenende aufnehmen kann. Dieses Mal bin ich nicht ganz so viel unterwegs. Dann gibt es die Weltmeisterschaften später noch in Contiolachti. Das wird auch interessant werden. Novo Mesto, Oberhof. Sicherlich ein paar nette Strecken. Novo Mesto und Oberhof finde ich aber ein bisschen anstrengend. Novo Mesto spätestens seit den Olympischen Spielen dort kann ich die Strecke nicht mehr sehen. Wenn du die 6-7 Mal hintereinander läufst, macht auch nur so Semi-Spaß. Contiolachti weiß ich jetzt gerade gar nicht so richtig einzuschätzen, ob das gut oder schlecht für mich ist. Also, wir sehen uns dann wieder. Der Warmsi-Michel, ja, mal wieder durchwachsen am Start. Aber es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten, wisst ihr ja Bescheid. Also, Dankeschön für's Schauen und dann bis zum nächsten Mal.